In diesem Video erfahren Sie, wie Sie in der Mediathek des IQSH einen interaktiven Lückentext mit ziehbaren Wörtern für Ihre Lerngruppe erstellen können. Wenn Sie sich in der Mediathek angemeldet haben, klicken Sie auf eigene Inhalte und wählen im Dropdown-Menü Interaktion H5P aus. Der Aufgabentyp, den wir brauchen, heißt Drag the Words. Mit einem Klick darauf öffnet sich eine Eingabemaske. Bei Titel können Sie eine Überschrift für Ihre Aufgabe eintragen. Die Aufgabenbeschreibung ist bereits vorgegeben, aber sie kann bei Bedarf abgeändert oder ergänzt werden. Die Hinweise in der gelben Informationsbox leiten Sie nun dazu an, Ihre Aufgabe zu erstellen. Wenn Sie Ihren Text haben, muss jeweils das Sternchen-Symbol vor und hinter diejenigen Wörter gesetzt werden, die in den Lückentext hineingezogen werden sollen. Sie können den Text, wenn Sie möchten, schon vorab entsprechend vorbereiten, sodass Sie ihn nur noch in das Textfeld einkopieren müssen, wie in unserem Beispiel. Später gibt es für jede richtig gefüllte Lücke, einen Punkt zu erreichen. Nun möchten Sie der Lerngruppe noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Dazu setzen Sie hinter das Wort, auf das sich Ihr Hinweis bezieht, einen Doppelpunkt und tippen Ihre Hilfsinformationen ein. Wichtig ist hierbei, dass sich auch die Hilfe noch vor dem abschließenden Sternchen-Symbol befindet. Wo immer Sie möchten, können Sie Ihre Tipps hinzufügen. Bei Aufgaben mit vielen möglichen Punkten kann es sinnvoll sein, für bestimmte Punktbereiche Rückmeldungen einzutragen, die den einzelnen Schülerinnen und Schülern nach Abschluss der Aufgabe angezeigt werden. In dem Sie nun auf Neu anlegen klicken, wird Ihre Aufgabe unter Ihren eigenen Inhalten abgespeichert. Sie können Ihre Aufgabe nun ansehen und natürlich ausprobieren. Sie können Ihre Aufgabe nun ansehen und ansehen und ansehen und ansehen. Selbstverständlich sind auch Änderungen noch möglich, die Sie mit einem Klick auf Speichern festhalten können. Wenn Sie die Aufgabe nun Ihrer Lerngruppe zur Verfügung stellen möchten, klicken Sie einfach auf das Medienlisten-Symbol und fügen Sie sie entweder einer schon bestehenden Medienliste hinzu oder Sie legen eine neue Liste an und klicken auf das Plus, um die Aufgabe dort abzulegen. Danach müssen Sie nur noch die Schülerzugänge generieren und sie mit der Medienliste verknüpfen. Übrigens, wenn Sie Ihrer Lerngruppe mehr als nur eine Drag-the-Words-Aufgabe zur Verfügung stellen möchten, gehen Sie einfach auf Interaktion H5P und wählen den Aufgabentyp Quiz aus. Hiermit können Sie so viele Drag-the-Words-Aufgaben, wie Sie möchten, in einem einzigen Quiz zusammenfassen und je nach Wunsch sogar noch verschiedene andere Aufgabentypen hinzufügen, sodass ein abwechslungsreiches, interaktives Quiz entsteht. Wenn Sie Drag-the-Words in ein Video einbinden möchten, ist auch das mit dem Aufgabentyp Interactive Video möglich. Vielen Dank.